»Verdammt, warum ist es hier so dunkel?« Draco schob die Tür hinter sich zu und durchquerte den Laden. »Von wegen, du bist noch wach, wenn ich zurückkomme.« »Oh, ich bin wach«, sagte eine Stimme hinter Draco, und dann schlangen sich Arme um seinen Bauch und er spürte warmen Atem in seinem Nacken. »Du wirkst furchtbar angespannt, aber ich glaube, da kann ich dir behilflich sein.« Draco wandte sich um und tastete das Gesicht der Person ab. »Harry, bist du das?« »Was denn? Willst du mich eifersüchtig machen?« »Mit Potter?« »Witzig, Lukay.« Lukay lachte dunkel. Dann beugte er sich vor und hauchte einen Kuss auf Dracos Lippen. »Hast du Hunger? Wir könnten essen gehen.« »Ich wurde von Granger eingeladen«, erklärte Draco. »Aber es gibt da vielleicht einen anderen Hunger, den du stillen kannst?« »Tatsächlich«, Lukay lachte wieder. »Soll ich dir die Füße massieren?« »Uter anderem«, Lukay nahm Draco sanft an den Schultern und schob ihn auf das Sofa zu. »Mach es dir bequem. Und ich, ich mache den Rest.« »Halt, Moment«, Draco blieb vor dem Sofa stehen. »Willst du gar nicht wissen, wie es gelaufen ist?« »Nein, ich vertraue dir«, sagte Lukay. Dann nahm er Dracos Gesicht in beide Hände, küßte ihn und drückte ihn dabei sanft auf das Sofa hinunter. »Jetzt entspann dich.« Draco seufzte und zog sich sein Hemd über den Kopf. Dann legte er sich auf den Bauch und vergrub das Gesicht in den Kissen. Lukay beugte sich über ihn, küßte seinen Nacken hinunter bis zu den Schultern. »Du riechst nach Kaffee.« »Der Geruch bleibt immer in meinen Haaren hängen«, sagte Draco. Lukay küßte erneut seinen Rücken und atmete tief ein. »Ich mag den Geruch.« Harry saß gerade an seinem Schreibtisch und ging zum hundertsten Mal die Akte über Corcorans neuartige Zauberstäbe durch, als Skarpin den Raum betrat. Er flätzte sich in den Sessel gegenüber und legte die Beine auf Harrys Schreibtisch. »Geht's voran?« »Nimm die Füße runter, Skarpin«, sagte Harry, ohne aufzusehen. »Es ist merkwürdig. Das Holz, das der Kerl verwendet, ist mir noch nie zuvor untergekommen. Das ist bestimmt nur irgend so eine Tropenscheiße. Bananenholz oder so. Du musst dir anhören, was ich rausgefunden habe, okay? Dieser Veorun. Erinnerst du dich? Leismeth. Veorun Leismeth. »Ja.« »Ist nicht sein echter Name. Der Kerl ist ein Muggel und Nachtclubbesitzer.« »Was will der mit neuartigen Zauberstäben, hä?« Harry legte die Akte auf dem Tisch ab. »Wie bitte?« Skarpin zeigte seine spitzen Zähne. »Der Typ kann dir vielleicht einen perfekten Gin-Tonic mixen, aber zaubern kann der nicht.« »Aber er unterstützt Cochrane finanziell.« »Vielleicht glaubte er, finanziert die Herstellung neuartiger Holzdildos.« Skarpin lachte dreckig über seinen eigenen Witz. Als er sah, dass Harry ihn nur irritiert betrachtete, häusperte er sich. »Na jedenfalls sollten wir ihm einen Besuch abstatten. Vielleicht ist das einer jener seltenen Muggel, die über uns Bescheid wissen.« »Tja, das können wir heute Abend machen«, sagte Harry. »Heute habe ich noch was Wichtiges zu tun.« »Treffst du dich mit dem Malfoy, Jungen?« fragte Skarpin und bleckte wieder die Zähne. »Was grinst du so?« »Nur so.« »Nein«, sagte Harry gedehnt. »Ich treffe mich mit Hermine.« »Okay, wenn du das sagst.« Skarpin stemmt es sich aus dem Sessel hoch und strich sich seinen Mantel glatt. »Dann will ich dich mal nicht länger aufhalten. Der Club heißt übrigens Night in Hell. Ist irgendwo hinter dem Campen Market. Das solltest du schon finden.« »Verschwinde endlich«, sagte Harry. »Bis 22 Uhr, okay?« »Viel Spaß mit Hermine«, rief Skarpin. Dann knallte er die Tür zu. Harry verdrehte die Augen. Momentan ging eindeutig allen die Fantasie durch. Amanda hatte auch schon des Öfteren Anmerkungen gemacht. Von wegen, er verbrächte auffällig viel Zeit mit Draco. Möglich. Aber er verbrachte auch viel Zeit mit Ron. Oder mit Skarpin. Warum war das kein Stoff für die Gerüchteküche? Hermine hatte den Trank in mehrere Gefäße aufgeteilt. Unter zweien brodelten lilafarbene Flammen. Ein anderes war bis zur Hälfte in giftgrüne Flüssigkeit getaucht. Harry betrachtete den Aufbau mit Neugier, während Hermine ihm ein Glas Wasser in die Hand drückte. »Wenn der Trank gefährlich wäre, hätten sich die Asparagus-Wurzeln von lila zu gelb verfärbt.« »Aber wie du siehst, ist nichts passiert.« »Immerhin, das ist beruhigend.« Harry nahm einen Schluck von seinem Wasser. »Also, was ist so außergewöhnlich?« Hermine wies Harry an, sich zu setzen. »Du wirst das vor dem Ministerium unmöglich geheim halten können.« Harry schwieg und nickte. Daraufhin fuhr Hermine fort. »Der Trank setzt sich aus vielen verschiedenen Bestandteilen zusammen. Zyanid, Alraun, Erlenkraut und noch einiges anderes. Das Kuriose ist aber, dass kein Zauberer diese Zutaten zu so einem Trank synchronisieren kann. Das bringt unsere Magie einfach nicht fertig.« »Naja, aber es wurde doch fertiggebracht,« merkte Harry an. »Ja«, Hermine blickte in ihr Wasserglas. »Harry, kennst du die Legenden darüber, wie die Magie auf die Erde kam?« Harry schüttelte den Kopf. »Tatsächlich hat er ja noch nie von solchen Legenden gehört. Er war immer in naiver Weise davon ausgegangen, die Magie sei schon immer dagewesen.« »Es ist eine heikle Theorie,« sagte Hermine und drehte ihr Glas zwischen den Händen. »Es geht dabei um Götter, die, die denen ähnlich sind, die der Mythologie der Wikinger und Nordmänner entspringen.« Eines Tages war den Göttern langweilig, weil es schon lange keinen Krieg mehr gegeben hatte, und sie besuchten die Erde. Es wurde reichlich getrunken, und dabei kam es natürlich dazu, dass viele der Götter mit den Frauen der Erde schliefen. Hermine wurde leicht rot um die Nase. »Jedenfalls heißt es, dabei hätten sie einen Teil ihrer Magie auf die Menschen übertragen, zumindest auf jene, die als Ergebnis von den Frauen geboren wurden.« »Ich finde die Legende allerdings etwas löchrig. Sie erklärt zum Beispiel nicht, wie die magischen Wesen hierher gekommen sind.« Hermine zuckte die Schultern. »Aber das ist auch nicht das Wichtigste. Als die Götter auf die Erde kamen, haben sie einige magische Artefakte zurückgelassen. Man kann bis heute Spuren ihrer Magie daran finden. Magie, die unzweifelhaft effektiver und stärker ist als unsere.« Harry zeigte stumm auf den Trank und sah Hermine fragend an. »Ja«, sagte sie. »Du hast es erfasst. Ich habe an dem Trank Spuren der älteren Zauberei gefunden. Wer auch immer ihn hergestellt hat, beherrscht diese alte Form der Magie. »Oder ist...« »Ein Gott«, beendete Harry den Satz. »Das ist doch lächerlich.« »Finde ich auch«, sagte Hermine. »Also musst du rausfinden, von wem Dracos Freund diesen Trank hat.« Harry runzelte die Stirn. Hermine stellte ihr Glas auf dem Tisch ab und beugte sich nach vorn. »Was?« »Was, wenn er ihn selbst gemacht hat? Mit einem neuartigen Zauberstab vielleicht?« »Harry, wenn überhaupt, können solche Zauberstäbe unsere Magie besser kanalisieren. Sie können nichts erschaffen, was uns nicht von vornherein innegewohnt hat.« »Sie sind aus besonderem Holz gemacht worden. Vielleicht befindet sich in dem Material ältere Magie. »Ich weiß nicht, ob das möglich ist.« »Aber du kannst es nicht ausschließen.« »Nein«, sagte Hermine, »dafür kenne ich mich mit älterer Magie nicht gut genug aus.« »Ich habe nur mal drüber gelesen und es ist auch nicht viel über das Thema bekannt.« Harry stand auf. »Danke, dass du das für mich rausgefunden hast. Ich werde Draco jetzt mal sagen gehen, dass er nicht sterben muss.« Leider traf Harry Draco bei Amanda nicht mehr an. Sie sagte ihm, er hätte gefragt, ob er eine Stunde früher gehen konnte und sie hatte keinen Grund gesehen, ihm die Bitte zu verweigern. Schließlich war er in den letzten Wochen ein vorbildlicher Mitarbeiter gewesen. Harry apparierte in die Gasse, in der Draco wohnte. Aber er war auch nicht zu Hause. Er fluchte innerlich. Wahrscheinlich war er bei Lukay. Das war das Letzte, was er jetzt brauchen konnte. Er musste vorsichtig sein. Harry wollte nicht, dass Lukay irgendetwas darüber herausfand, auf welchem Stand sie mit ihren Ermittlungen waren. Das Problem war nur, dass Harry nicht genau wusste, wo Lukay eigentlich wohnte und sein Geschäft war um diese Uhrzeit bereits geschlossen. Harry entschied, die Suche aufzugeben und sich für den Einsatz mit Scarpin fertig zu machen. Wenn Draco wissen wollte, wie es um ihn stand, dann sollte er sich zumindest irgendwo aufhalten, wo Harry ihn auch finden konnte. Das Night in Hell war voll von Muggeln, von sehr wohlhabenden und sehr leicht bekleideten Muggeln. Vergleichsweise war Harry mit seinem Hemd und einer einfachen Stoffhose so overdressed, als hätte er einen Skianzug im Schwimmbad an. »Meine Güte!« brüllte Scarpin gegen die drönende Musik an. »Die Tussis hier könnten bloß weniger anhaben, wenn sie nackt wären!« Harry ignorierte ihn und bahnte sich einen Weg an die Bar. Er lehnte sich über den Tresen und wartete, bis der Barkeeper ihm seine Aufmerksamkeit schenkte. »Ich suche Veorun!« rief er. Der Barkeeper beugte sich zu ihm hinüber und deutete mit einer Geste an, dass er ihn nicht verstanden hatte. »Liesmeth!« fragte Harry. Der Kerl nickte, griff in das Regal mit den Spirituosen und begann, einen Cocktail zu mischen. »Nein, nein, nein!« rief Harry. »Warten Sie mal!« Der Barkeeper hielt in der Bewegung inne. »Eismeth ist unser heutiges Spezialgetränk.« »Nein, ich suche Veorun Leismeth!« Die Miene des jungen Mannes hältte sich in Verständnis auf. Er blickte über Harry hinweg und ließ den Blick eine Weile lang suchen durch die Menge gleiten. Dann deutete er auf eine Gruppe Männer, die in einer Ecke auf einem barocken Sofa saßen. »Der Mann in der Mitte!« »Danke!« Harry drückte sich an Scarpin vorbei. »Komm schon!« Sie schoben sich an tanzenden Menschen vorbei, bis zu dem Sofa in der Ecke. Als sie Leismeth fast erreicht hatten, packte Scarpin Harry am Ärmel und hielt ihn zurück. »Warte mal!« »Was denn?« »Was willst du dem Kerl denn jetzt sagen? Dass wir Zauberer sind und uns fragen, was er mit neuartigen Zaubergehstöcken anfangen will?« »Nein!« »Ich frage ihn, ob er Corcoran Smith kennt.« »Mit welcher Begründung?« Scarpin's Griff war fest. »Sieh mal, er hält sich anscheinend gerne ein paar hübsche Männer. Wir werden so tun, als ob wir mit ihm flirten und ein paar Andeutungen über die Zaubererwelt fallen lassen. Wenn er drauf eingeht, sind wir schon mal einen Schritt weiter.« »Vergiss es!« »Rief Harry.« Er hatte genug davon, so zu tun, als ob er schwul war. »Ja, okay, dann mach ich es eben. Du sitzt einfach neben mir und zieh nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich. Aber wenn er dich anmacht, sei um Gottes Willen nicht zickig. Du bist doch Top-Ermittler, Harry.« »Und echt tief gesunken«, gab Harry zurück. »Aber ich muss zugeben, der Plan ist nicht beschissen. Versuchen wir's.« Scarpin grinste ihn an und marschierte zielstrebig auf Veorun zu. Harry schaffte es gerade noch, ihn am Arm zu packen und zurück zu zerren, als er Draco sah. Luke hatte seinen Arm besitzergreifend um seine Hüfte gelegt und in eben diesem Moment ließen sie sich neben Veorun auf das Sofa fallen. Ja, also, das war's erstmal wieder. Es war ein kurzes Kapitel, obwohl es von der Wortanzahl eigentlich länger ist, als manche anderen. Ich weiß nicht genau, woran das manchmal liegt. Das muss mein Lesetempo sein. Obwohl ich mir extra Mühe gegeben habe, nicht schnell zu lesen. Das ist ja eine meiner Krux, das zu schnelle Lesen. Ja. Ich bin gespannt, ob vielleicht ein paar von euch schon drauf gekommen sind, wer Dracos Freund ist. Beziehungsweise, also, welche Person er verkörpert. Kann man das so sagen? Ja, nein, vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, es wird auch nicht mehr lange dauern, bis der Typ praktisch aus dem Weg geräumt wird. Denn das ist ja irgendwie ein bisschen nötig, um das ganze Drarry-Shipping ins Rollen zu bringen. Dafür darf Draco nicht vergeben sein, ist ja klar. Ähm, war aber von Anfang an geplant, dass der Kerl zu gegebener Zeit wieder verschwindet. Aus gegebenen Gründen vielleicht. Vielleicht, ja, ich würde mich freuen, die ein oder andere Theorie zu lesen. Das wäre interessant, was ihr euch so denkt. Oder ob ihr überhaupt gar keinen Plan habt. Vielleicht sogar. Mal sehen. Ich bin gespannt. Bis dann.